Direkt unter dem Martinsloch. Ort der Bewegung. Die Felsen, zeitlos. Wasser in Bewegung. Darüber blau. Eingelegt in grünen Matten. Einfach, klar und voller Energie. Im Hotel Elmar stehen 22 Zimmer zur Verfügung. Unsere Menükarte bietet Schweizer und Klarner Gerichte sowie eigene Kreationen unserer Küche. Haben Sie Halbpension gewählt, stellen wir für Sie ein Viergangmenü zusammen. In der Spielecke dürfen die Kinder malen oder spielen. In Elm gibt es viele Wanderwege in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Oder möchten Sie lieber fischen oder Tennis spielen? Eine Besichtigung der Schiffefabrik oder des Plattenbergstollens lohnt sich bei jedem Wetter. Wandern ist auch im Winter möglich, ebenso wie Schneeschuhlaufen und Tourenskifahren. Nützen Sie das Angebot der täglich präparierten Skipisten. Einen erlebnisreichen Tag können Sie in unserem Whirlpool mit Aussicht zum Martinsloch abschließen. Starten Sie gemütlich in den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Wählen Sie aus verschiedenen Broten, Joghurt, Eiern, Pfannkuchen, Jus und warmen Getränken. Von diesem hintersten Ort im Sernftal geht ein Zauber aus. Wer hierher kommt, hat entweder gute Gründe oder Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017